Hallo, guten Tag. Ich stelle mich vor. Ich bin Carmela. Mein Familienname ist Labonia. Ich bin Studentin an der Universität von Kalabrien in Süditalien. Ich spreche Englisch, Italienisch und ein bisschen Deutsch. Meine Mutter ist Delsomina und mein Vater ist Luigi. Mein Bruder sind Gennaro und Pasquale. Ich habe keinen Schwester. Ich komme aus Italien. Ich wohne in Rossano in der Provinz von Cosenza. Tschüss, bis bald.